Ich bin sehr froh, dass die Stimmbevölkerung ja gesagt hat, zu diesem Baukredit für ein neues Schulhaus im Kleefeld. Denn in Bümplitz und Bethlehem haben wir in den nächsten Jahren viel vor, bei unseren Schulanlagen. Wir werden zehn Schulanlagen entweder neu bauen oder sanieren. Von daher bin ich froh, dass die Stimmbevölkerung auf der Seite der Schulen und der Kinder in der Stadt Bern steht. Ich freue mich auch, dass wir im Kleefeld einen Neubau herstellen können, weil dieser Neubau wird schön sein für die Lehrer, für die Kinder, aber er wird auch einen Mehrwert im Quartier bringen.